Ah, wir haben doch, wir haben doch jetzt den Jet-Hund. Ja. Weil ich mein, ich mein. Mein, ohne Ding können wir nämlich nicht oben an das Leben dran. Ich glaube, dein Vater oder so hat genießt. Ja. Oder gerüstet. Oder so. Der war auch gerade bei mir im Zimmer. Achso, ja liebe Grüße. Ja, aber der ist jetzt wieder weg. Okay, ja trotzdem liebe Grüße. Werde ich ausrichten. Ja. Duelt. Das war meine Mutter. Das ist klar, wir haben auch geil. Achju. Das geht den ganzen Tag schon so. Die sind beide krank und meine Oma ist auch gegangen. Die ist auch nur am ruhigsten, ey. Achju. Das klang sehr geil. Achso, das sind übrigens die Spermien. Die du gerade, die du da abschießt? Ja. Was ist das da oben jetzt? Ist das auch so ein Energie-Ding? Wow. Ähm, das ist ein Fragezeichen-Ding. Also ich weiß nicht, was da drin ist. Da kann alles drin sein. Da kann Leben drin sein. Wundertüte. Da kann eine kleine Energie drin sein. Willst du dir das denn holen? Ich weiß nicht wie. Ich hab nichts, was nach oben geht. Hättest du denn mit dem Hund nicht dadurch irgendwie gekonnt oder so? Was könnte ich denn noch machen? Das Problem ist, ich kann nicht nach oben schießen. Ich krieg diese Dinger hier nicht weg. Doch, kannst du den im Spring schießen? Ja. Dann könntest du doch, wenn du im richtigen Moment auf Schießen drückst, wenn du in der Luft bist, könntest du die doch Schicht für Schicht quasi wegschießen, oder nicht? Theoretisch gesehen. Theoretisch, ja. Eigentlich. Rein, rein theopraktisch. Ja, sieh, sieh. Ja, jetzt ist das Problem, wie krieg ich die da weg? Ach komm, warte, ich will da dran jetzt. Ich will wissen, was da drin ist. Vielleicht ist da ja sogar ein Energietank drin. Ich, 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 ich auch. Ja, wenn du auf dem Hund bist und dann schießen, dann kannst du die ja da... Ja, genau, genau, genau. Sieh, 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 so kommt man da dran. Da Tule. Ich muss mal meinen... Und wegmachen, weil der sonst... So. Ja. Achso, das ist... Ich brauch... Obwohl, ne, ich versuche einfach mal... Ne, hat nicht geklappt. Ich versuche einfach mal... Hat nicht geklappt. Sehr cool. Boah. Ach, du musst... Ach, du musst... Genau, wie öffnest du das denn? Musst du da reinlaufen, da bei dem Ding, oder? Ich muss dagegen schießen. Ja, ja, ja. Ich muss erst mal die Sperrmier kaputt machen. Jetzt kann ich wieder da hoch fliegen. Das ist die Hauptsache, ja. Immer erst mal die Sperrmier kaputt machen. Gesund. Ich krieg das schon gar nicht mehr mit. Ich hör das immer, immer. Ne kleine Energie. Dafür der Aufwand, ey. Little Energy. Das war gehustet. Ja, das war eher ein Huster. Wurde ich gerade sagen, ja. Ich mach jetzt immer so Echtzeitanalyse. Wenn ich ruhig... Oh, ne kleine Energie. Brauch ich zwar nicht, aber egal. Energie ist nie verkehrt. Du sprallst dir aber auch schon eins zurecht. Ja, das muss doch irgendwie funktionieren, Mann. Ich kann doch nicht die ganze Zeit mit diesem Dreckshund hier rumlösen. Ne, du kannst doch links... Ja, ja gut, oder so. Uge, du doch, hör ich wieder. Der Alex schreibt mir bestimmt. Wow. Jetzt ist mein Hund alle gegangen. Ich quatsch schon mal mit Steffi, bis später. Da bin ich mich auch gleich noch verabredet mit der Asch-Zahar und der... Mit der Asch-Zahar? Asch-Zahar, gestern aus dem Stream. Du sollst dich aber nicht genötigt fühlen, uns irgendwie was zu machen oder so, ne? Weil du ja gestern meintest, du willst was machen, aber... Ja, ich will ja auch was machen. Ja. Ja, ich mein, wenn du was machen willst, dann sag ich natürlich nicht, nein, so ist nicht, aber du sollst dich jetzt nicht irgendwie genötigt fühlen, irgendwas machen zu müssen oder so. Das meinte ich. Wo kann man sich hier... Du kannst doch zum Beispiel gut malen und sowas oder nicht? Und so hat sich so... Solche Sachen kannst du aber richtig... Aber ich weiß nicht, ob du damit was anfangen kannst. Mit so gemalten Sachen und sowas? Ja. Weil die Sachen sehen ja alle komisch aus, die ich mach. Nö. Genauso wie die Musik, die ich hör. Ist ja auch komisch. Das hast du bei mir gestern auch geschrieben, im Pre-Stream, ne? Ja. Selten für komische Musik. So komisch war die doch gar nicht. Doch. Nein. Was war denn da komisch, Planner? So komisch halt. Ach, du hast doch keine Ahnung. So, ich brauch ein bisschen Energie. Ich hab doch keine Ahnung. Da kommt aber auch nix, ne? Doch, ne kleine Energie. Der hat in die falsche Richtung geschossen. Nein, ich kann mit sowas durchaus was anfangen. Ich hab doch auch schon mal so ein Bild bekommen. Nehm. Von meiner Spinnengeschichte. Ja, aber ich mach ja mehr so... Noch ein Leben. Du machst mir doch so noch ein Leben. Ja, ich mach ja mehr so, so, so... Ja, wie nennt man das? Abstrakt mäßig irgendwie. Ja, aber das ist auch cool. Mach das doch. Also, ich hab da kein Problem mit, Jule. Wenn du das machen willst, dann mach sowas. Dann mach ich sowas. Dann muss ich mir Leinwände kaufen, neue. Also, ich würd' mich da sehr drüber freuen. Noch ein Leben. Ich will das Leben. Ich kann natürlich nicht für den Alex sprechen, aber ich würd' mich da drüber freuen. Ja. Sechs Leben. Alter. Und ich kann dir gerne mal die Adresse geben, dann, hör mal. Ja, ich werd' mich dann melden, wenn ich das hab. Ja, ja, hör mal. Aber er ist nach Mega Man. Mega Man. Mega Man. Mega Man. Da oben blinkt so, genau. Ja. Das blinkt alles. Die Stahlstangenhund da. Ja, alles ist am Blinken. Alle rasten aus. So, jetzt muss ich nur noch hoffen, dass wir das jetzt hier hinkriegen, ey. Oh ne, nicht das. Kommt jetzt das Megaspermium oder was kommt jetzt? Oh ne, nicht das. Kommt jetzt das Megaspermium, irgendwie? Ne. Ist das Wasser? Wie soll ich das denn jetzt machen? Kannst du im Wasser nicht springen? Doch. Aber ich brauch' meinen Drecksflieghund. Aber der ist leer. Das ist natürlich jetzt scheiße. Mal versuchen was mit ihm hier. Ich brauch' auch so Sätze, die die Oma nicht versteht. Ich brauch' meinen Drecksflieghund, aber der ist leer. Ich brauch' den gar nicht. Ich hab' das letztens auch schon geschafft ohne den. Oma, hast du den Satz verstanden? Ja, natürlich. Das Leben lassen wir aber da unten leben sein. Genau. Das sagt der Gott auch immer. Der mischt sich nicht ein. Oh, ein Energietank. Ja. Oh, sehr gut. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, dass du in dem Wasser irgendwie, dass du da sterben würdest. Weil sonst, ja. Ich meine, so ist natürlich auch schön. Hui. Auf jeden Fall, wenn ich jetzt hier runterfalle, dann ist Ende. Dann ist... In dem Gelände. Dann bin ich da... Don't do it. Okay. Jetzt wieder umstellen, damit ich schießen kann. Das ist ja wie bei Zelda so'n bisschen, wo du dann auch immer die ganzen Dinger da umstellen musst. Die Bälle! Die Bälle! Nein! Fuck. Nooooh. Aber ich hab' ja noch fünf Leben. Ne, sechs hab' ich noch. Ready. Oh, Mann, ey. Komm her, du Scheißwann. Tool ist zum Beispiel auch komische Musik. Ja, das stimmt. Ja, die ist cool, die komische Musik. Ja. Ja, ich find meine Musik... Kommt das Leben holen wir uns noch mal. Also das, was ich bei dir bisher gehört hab, ist auch coole Musik. Ich mag aber auch komische Musik. Ja, aber ich hör halt so komische Musik, wo zum... Für die Leute, die jetzt zuhören, die könntet ja mal... Wenn sie sich dafür interessieren, können sie ja mal gucken. Genau. Äh, Crystal Castles oder You Love Her... Blah! You Love Her, Cause She's Dead oder... Crimes. Das ist also komische, ganz merkwürdige Musik mit verzerrten Stimmen und sowas. Da steh' ich voll drauf. Können wir ja beim nächsten Zulie-Song einbauen, irgendwie. Oh Gott, ich mach mal so ver... Äh, ja, ja, dann mach mal so... So verzerrte Stimmen machen wir dann da rein. Nur für dich. Nicht zu weit springen, Frosch. Na gut. Was geht der Frosch? Der Frosch geht eindeutig zu weit. So. Zwei Energietanks und sechs Leben. Das... Äh, müssen wir als Ebersurber-Song einbauen können. Ja. Ja. Ach, den kennen wir doch. Ist das der Endgegner? Ne, leider nicht. Wurde schon sagen, weil sonst können sie sich ja wieder fliehen. Da. So halt. Jetzt, jetzt aber. Hör mal, jetzt aber. Ne, ich lass mich jetzt erst noch sterben, weil wir haben nur weniger als ne halbe Energie. Ich guck mir aber mal sein Muster schon an. Mhm. Ich glaub, der hat so zwei Streifen, die hier quer durch den Raum fliegen. So. Okay. Ach du Scheiße. Aber ich versuch mal Needleman bei... Needleman bei ihm. Needleman. Needleman. Bei irgendeinem funktioniert auch Topman. Da ist man so ein behinderter, beschissener Kreisel. Ja. Du magst das ja nicht, wenn man das sagt. Doch, du darfst das halt heute mal sagen. Ja. Ich mag's weniger, wenn man sagt Schwul. Stopp, halt. Der Typ läuft nämlich gleich direkt in mich rein. Ich muss meinen, äh, meinen Energietank benutzen. Besser ist das, ja. Ich kommst jetzt Needleman. Alter, es ist aber auch echt schon heftig. Oh. Neuer Energietank. Nein! Ich hab eben zwei benutzt. Ah, scheiße. Fuck. Oh, Jule. Was machst du? Why is that? Ja, weil ich... War zu sehr. Ich war zu... Du wolltest zu viel. Ja, ich wollte zu viel. Jetzt hab ich gar keinen Energietank mehr. Fuck. Ich mag das Geräusch, wenn sich die Energie wieder aufhüllt. Und das, das Klapper von den Controllern ist auch irgendwie beruhigend. Oh, ich hab keine Dings mehr. Ähm, machen wir mal einen Magnetman. Kann man ja mal machen. Ich hab wieder in die falsche Kackrichtung geschossen. Ja. Ich glaub... Oh, Magnetman geht bei dem, glaub ich, voll gut. Na, meinst du? Aber ich hab nur noch ein bisschen Magnetman. Scheiße, ey. Ah. Alles verballert. Ja, zu verschwenderisch. Genau wie die Griechen. Nein. Toll, immer Magnetman ist alle. Hartman. Und die Oma ist wieder verwirrt. Hat ein Magnetman, was? Die sind aber auch einfach mal scheiße. Ja, vor allem, weil er sich einfach mal dupliziert, der Penner. Oh, ich komm, wir haben ja was Fachbegriffen, Jume. Ich hör mal. So, was haben wir denn noch? Snakeman. So, das war's dann. Hau rein. Ist das ein Schweizer Jagdhund? Nein, das ist Cleo. Oh Gott, ich seh grad, das bringt bei dem voll. Das schaffst du, das kannst du noch schaffen. Bäm, das war so easy. Snakeman vor so Winn, Alter. Oh, hätten wir das sofort gewusst, ja. Aber das ist ja auch irgendwie so ein bisschen der Reiz, finde ich, dass man das so ausprobieren muss, was wo am besten will zu mir. Oh, sehr geil. Gemini oder Gemini-Man. Mit Stolz auf dich. Besiegt. Mit Stolz auf dich und Gemini-Man. So, jetzt mach ich mir mal ein Foto. You gott, you gott. Gemini oder Gemini-Laser.